Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Left 4 Dead 2 mit dem Chaos Zocker, dem Malfu und dem Finn. Hallihallo. Hallöchen. Dritte Mission von The Parish. Wie viele sind es hier? Vier? Fünf? Ja, lauf doch los. Ich kann reden und laufen. Nur schießen nicht. Echt? Unglaublich. Na, das war wohl nichts mehr laufen. Naja, ich musste ja stehen bleiben zum Schießen. Ich hab ja gesagt, schießen kann ich nicht dann noch da oben drauf. Hm? Haben die gesoffen? Was? Was? Findeestens ist das hier keine von den Gammel-Missionen, wo du am Anfang nur so eine TMP hast und dann kommt gleich der Tank. Ja, lass mal zurück zum Safehouse ihn pullen, weil dann können wir da gleich nochmal nachladen. Naja, ist doch wahr. Unglaublich. Wo ist denn der Muni hoppen? Da in der Ecke. Jo, hallo und herzlich willkommen. Wir fangen mal an. Smoker ist hier irgendwo. Da? Ja, da war er. Spitter. Charger. Au. Aua, er ist tot, er ist tot. Der mich vertrimmt hat jetzt. Autschi, wautchi. Oh, ich wollte dich aber rächen. Alter Schwede. Ich hab nicht gesehen, dass du ihn verfolgst mit deiner Machete. Deswegen hab ich einfach draufgeballert. Ja. Und hinter dem Baum hab ich dann nicht so genau gesehen, dass er schon umgekippt ist. Das stimmt, ich bin ja so muskulös hier mit meinen Anzügen. Fällt nicht auf, Manu. Ja, du warst halt hinter dem Charger versteckt. Hör ich mal, ich hab ja das. Gibt's hier Medikit? Natürlich nicht. Doch. Wo? Hier. Da. Nice. Ich. Ich presse das gleich mal. Shit. Halli. Smoker! Irgendwann ist auch ein Boomer unterwegs. Da war schon mal der Smoker. Wir haben auch noch gar keine Magnum gefunden, ne? Splitter ist da hinten auch noch. Er läuft die ganze Zeit mit Melee-Weapons rum und ich hab nicht dran gedacht, mir eine von den Pistolen einzuvolladen. Hier ist aber noch eine Pistole. Ja, ich hab gerade hier die zweite gefunden. Das ist ein Autopumpe, wenn einer eine mag. Uns verfolgt ein Smoker schon seit Ewigkeiten. Der fliegt raus. Der kriegt uns einfach nicht. Da kommt der Pininjunkie wieder raus. Hözza! Wir haben noch einen Molly. Die Horde kommt, hm? Der Jockey auch. So, das war doch gut. Alle ab! Mann, wie ich aufs Gesicht kriege hier die ganze Zeit. Auer! Pemmer! Pemmer! So! Ähm... Hier wollen wir nach. Hier wollen wir nach. Diesmal nicht. denn, Crypto ist ein zu freundlich. Ich weiß, so bin ich ihm. Wer sind sie und was haben denn mit dem Chaos gemacht? Reloading 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 Leg stick here Reloading Reloading So macht man das Mann Hihihi Killstealer Molly Hat einen Aber warum noch einen Weiter, hopp Dein fetter Arsch steht in der Tür Was sagst du? Komm her, komm her Mäuschen Was? Du musst mich verwechselt haben Was hab ich dir denn jetzt getan? Ich hab nicht getroffen Du bist versehentlich in den Weg gerannt Und ich hab versehentlich zugeschlagen Jaja genau Sowas passiert, wenn man sich in Ehestreitigkeiten einmischt Autsch Ey, habt euch mit dir das geschieht? Oh, du bist halt davor gezappelt Ach das bist ja du Was du jetzt wirklich der einzige der nicht geboomert war? Ja Du warst auch geboomert Ach ne Alice war das Wollte schon sagen Wer war da noch? Kleinen Moment Boah, warten wir Schleiche, Schleiche, Schleiche Oh, ich hasse das Immer mit Taschenabbaus Ich seh zu viel Hm Ah, da gehts ja hoch AK und M16 Oh schön, schön, schön Und Medikit Ich bin Medikit Und Brandmoni Hallo? Was hat ne Alice angestellt? Ich glaub den ging so kacke Dr. Coach hilft dir hoch So Alle Autos mitnehmen oder was? Ich stell jetzt mal die Brandmonie hin, würde ich sagen Oh, klingt vernünftig Hat sie Okay, du willst doch alle Autos mitnehmen Ich hab gar n Da steht aber Finn Shit, ja Vorne war ein Auto Was gedingst war Und ich wollte an der Seite vorbei Und spring da drauf Und dann war das auch eins mit Alarmanlage Schön blöd Wolltend Und ich hab da drauf Ich hab da drauf Jawoll Ein bisschen Spaß muss sein Und finden noch einen Schön Ja, Alice, hochhelfen kann man vergessen. Knallt mal einen Herrn Smoker ab, so nebenbei? Ja, wie immer. Du hast dich jetzt pünktlich Smoker lassen zu... Ich muss nachladen. Und ich hab nicht getroffen, weil mich so ein scheiß Zombie angeschlagen hat. Die sind aber heute auch hartnäckig. Sind die noch irgendwie da? Hä? Wie das denn jetzt? Vielleicht hab ich noch ein Auto angeschossen. Ach ja, du bist ja cool. Ich hab die Schnauze voll. Oh, und jetzt schießt du auch noch auf mich, Junge. Ja, wenn du da stehst, von wo mich die Zombies angreifen? Hast du gesoffen? Guck mal, wo ich stehe. Ja, aber da waren zwei Zombies zwischen uns. Die hab ich geschossen. Puh, ist ja recht spannend hier mit euch. Oh ja. So sind da Autos hier irgendwo? Ich würd gern nochmal zurück, meine Waffe ist fast leer. Oh. Oh Mann, ich muss zurück. Ich hab nicht mehr genug Muni. Ah, hier, komm, ich nehm Alice seine. Wunderbar. Es gibt noch Secondary-Waffen. Weißt du, ne? Ja, die sind genau das Richtige für diese Situation hier. Na klar. Schön mit dem Basie-Hämmer ich hier grad Köppe weg. Ja, aber ihr habt zwei Pistolen. Damit hämmert sich es schlecht. Rechtsklick. Nach dem Dritten sind sie auch tot. Aua. Was machst du denn du da? Ach so. Ja, jetzt waren es ein bisschen viele auf Dauer. Können wir jetzt weiter? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Autos mitgenommen, oder? Nein. Das war dann tatsächlich noch irgendwo eins. Guck doch nochmal um. Ah, nee, komm, ey. Wir kochen auf dem Zahnfleisch. Ja gut. Weil ich glaube, das hier wird noch gehen. Oh Mann. Wo bin ich? Ja. Hätte das jetzt hier nicht... Ne? Ah, da... Was erwartest du denn? Eine Meute? Joa. Wollen wir zu wenig Zombies hier? Dann wollen wir ja Zeit, wa? Joa. Oh, ein Ambulanzwagen. Jawohl. Kiep. Oh, ich komm nicht rein. Kiep. Kiep. Hat eins. Wie gut, dass Alice tot ist. Was soll das denn? Hör auf damit. Das ist die Rache. Ich komm mal hin, dass du ihn geheimd hast. Ey, ich hab doch Pillen. Ist doch jung. Das Auto geht nicht. Ja, schade. Ach, Alice ist da unten. So, genug geballert. Wo ist mein Baseballschläger? Wo seid ihr? Bam. Ja, aber so richtig beklagen können wir uns nicht. Also dafür, dass wir echt eigentlich so gut wie alle Autos mitgenommen haben. Mhm. Haben wir nur den Bot verloren. Oh, AK-47. Oh, ne frische Sniper. Noch besser. Aber keine Muni? Nur lauter Macheten? Ah. Oh, AK- und Baseballschläger. Schön im Ghetto, Bitch. Haha. Ich hab' den Charger gehört, der irgendwo gegengebogen hat. Ja, ich auch. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Warum kommt denn der Charger von dem? Nicht im Weg stehen, hab' zu arbeiten. Da ist der Charger. Nehmen wir doch den so lange. Oh, Molli? Ich. Höh? Ist das ne Base? Bam. Ey, die war noch von Ming. Von ihm persönlich, ne? Ja, toll. Ihn, Schmoker. Die hat er noch für den Eigenbedarf getöpfert. Habt ihr auch ne Witch gehört? Ja. Sehr gut. Nö. Ich dachte schon, ich krieg Halluzinationen. Möglich. Vor uns rechts irgendwo, oder vor uns? Ja, ja. Hier wollen wir lang, ne? Wunderbar. Viele Macheten hier rum, liegen wir auf dem Friedhof. Naja, guck dir mal das Gestrüpp an. Ja, wie soll denn ein Mensch sonst auch in so ne Urne reinpassen? Hahaha. Reloading. Ein bisschen nicht netzlegt ist. Reloading. Oh, mit Baseballschläger-Köpfen, es gibt nichts Geileres. Unrealistisch. Was hast du? Unrealistisch. Ach ja, renn genau rein. Sag mal, wo ist die denn? Deswegen muss ich ja auch den ganzen Tag peen fressen. Hm. Hm. Oh. Reloading. Okay. bitteschön ich höre einen Kotzkopf ja genau deswegen ja wunderbar wenn das mal keine Action-Folge war dann weiß ich aber auch nicht komm rein Alice Mann, der Promi kommt wieder zu spät oder was ja genau, sperre dich aus, komm raus mit dir Mann, Mann, Mann ja wunderbar ja, dit war dit schönen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüssli Müsli Tschau Kaus ja Tschüssli Müsli ich wollte die Folge noch ein bisschen in die Länge ziehen Tschüss bei der Folge b Untertitelung des ZDF, 2020